rock'n'roll freunde wie gesagt hier 88 man finde ich cool danke dass ihr mitgemacht habt dankeschön grüße gehen raus an meine freunde und wie gesagt geht auch andere sachen raus an leute die ich gar nicht mal ja so aber dazu später vielleicht ich habe euch alle hier in tappels geworfen ja das sind die preise ich hab's nur ein bisschen hier unter dem tannenbaum hier fangen wir mal an mit platz 3 ein bisschen mischen ja also wie gesagt sonne videos kommen ihr dürft ja mal raten was hier drin ist aber dazu später ok wir fangen an platz noch mal bei place number three oder neben oder neben ich habe mir das machen 100 leute mit war doch nicht so ich weiß es ist die nummer 21 ja es noch geht klar das ist bombastik fantastik herzlichen glückwunsch mein freund das ist die die nummer 21 sehr cool legen wir mal hierhin platz nummer drei wie gesagt e-mail schicken hierhin nummer 21 das ist bombastik fantastik sehr cool kommen wir zu platz nummer zwei platz nummer zwei ist auch ich mache mir cappi aber ich muss das nochmal klar stellen digerwetz at max alteron cappi also ist schon cool ich bin ja glücklicher gewinner mit der nummer trommelwirbel trommelpähner mir macht das spaß ich finde das immer so spannend hier ist ein gewinner drin ich meine ist nicht schlimm aber ich weiß ja nicht wer der gewinner ist aber ich die nummer ist die nummer 22 22 22 wenn was schuld ja mein namensvetter rock'n'roll svenny rock'n'roll ich kann dir das platz nummer zwei rock'n'roll sehr cool wie gesagt junge melde dich hier so jetzt kommt der ring der ring ring ich hoffe der kameramann ist nicht böse auf mich kann auch mal und der ring könnt ihr mal keken tue mal dahin das ist schon klasse teil wie gesagt aber nicht original schade silber ich bin gespannt wer ist der gewinner ich bin voll lustig aber ich würde das so gerne gewinnen also wenn ich mit spielen würde ich würde es gerne gewinnen ok komm was machen wir jetzt langweilig hier mit dem nehmen wir mit dem ist lecker nicht ok ok mal nicht mal in dieser reihe auch nicht in der reihe das ist halt eine locker bezahlen die 15 hat gewonnen nummer 15 hat gewonnen daniel treasure hunter steiermark jawohl da ist der 15 sehr cool sehr cool sehr cool also leute rock'n roll danke dass sie mitgemacht hat thank you for all the peoples in the world also das sind leute aus italien aus brasilien bei gewesen aus hassen mich amerika dankeschön danke für den support my permission i have it i have i can ich kann jetzt sondeln leute ich habe es noch nicht aufgemacht ich werde es aber auch jetzt nicht aufmachen herrlich ui rock'n roll sondelsven sagt haut rein nächsten sondelvideos kommen danke dass alle leute mitgemacht haben das können halt nicht alle gewinnen und das kann ich mir auch nicht leisten also haut rein rock'n roll danke bis zum nächsten bruk ja das ist wir hier das ist das ist super dein das ist das ist